so meine freunde ganz kurz herzlich willkommen zu let's play far cry 3 beziehungsweise kein let's play sondern einfach nur ein ganz kurzes naja video bezüglich far cry 3 hierben kündige ich auch gleich offiziell das let's play an aber guckt euch mal diesen bug an ich bin mit dem auto hier außen geparkt und wollte aussteigen und naja bin hier einfach mal eiskalt runtergefallen ich bin mal gespannt kann ich denn hier raus snipen jawohl ja also let's play zu far cry 3 wird es auch geben ich weiß nur noch nicht wann das kommen wird scheiße ich kann hier nicht rauswerfen aber in die luft jagen kann ich das vielleicht lockt das die gegner an und ich guck ganz kurz ob der sound passt bisgleich einzigartig besser geht's nicht hoch doch ich würde schon ganz gerne bei der sniper bleiben halte die augen offen so theoretisch müsste ich ihnen doch jetzt hier ja und die sehen mich halt nicht das ist ja witzig das ist ja witzig also ich weiß nicht ich spiel das jetzt einfach mal ganz kurz du bist doch gar nicht wo ich bin ich habe ihn in den fuß geschossen er stirbt weil ich ihm durch den fuß schieße genau ich stecke dein gesicht in den außen border ich stecke dein gesicht in den außen border ich stecke dein man und zeig dich komm doch her wo ist er denn da kurz nachladen in der zwischenzeit hole ich mir ach da oben sehr schön ja fuck right drei kurze persönliche meinung ich hab das spiel ja noch nicht durch sondern jetzt mal angefangen zu spielen eigentlich recht back frei back frei back frei nur irgendwie hab ich jetzt hier halt ein bug drin weiß nicht aber ich hab ne idee wie ich das lösen kann ja fuck right drei ich hab schon ein bisschen angefangen hier das zu zocken so leicht paar aus posten erobern und so weiter und so fort aber wie wir sehen da ist noch einiges zu machen ich denke ich werde bald ein let's play dazu beginnen ähm aber zuvor werde ich dahin reißen jawohl geht alles klar freunde dann äh sehen wir uns hoffentlich bald bei fuck frei 3 wieder schreibt in die kommentare ob ihr bock habt dass ich damit anfange und ähm momentan habe ich noch ferien ich könnte im prinzip schon damit anfangen aber ich hab auch andere pläne alles klar freunde bis dahin haltet die ohren steif ciao ciao